Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ja, ihr hört's. Ich bin wieder mal erkältet. Wieder mal. Ich weiß auch nicht, was die Viren alle an mir finden. Aber irgendwie... Ich bin mal relativ... Oh. Ja. Schuss in den Ofen, würde ich mal sagen. Machen die erstmal Schnäuzchen weg. Ich hab jetzt ne Weile Pause gehabt, weil ich einfach... ähm... sagen wir es so, ich hatte privat ein bisschen viel um Ohren und... da bin ich einfach nicht zum Aufnehmen gekommen. Es ist... ja, manchmal... ist es halt... manchmal is es halt so. Das hat er denn nicht versuch, ja, wirklich euch... ähm... alle zwei Tage mit Videos zu versorgen, aber... manchmal haut das... danke... mal... hier ist klar Alice, alles klar ist... äh... ja... ähm... ähm... was ist denn das? Mann! ich versuch wirklich euch alle zwei Tage mit Videos zu versorgen, aber... es ist wirklich hart und... ich hab auch kaum Gelegenheit mal, ähm... was auf Platte zu bringen, dass ich jetzt sagen kann, okay... ja... ähm... ähm... ich nehm jetzt erstmal so ein bisschen auf, dass ich... ähm... bisschen was auf Platte hab. Geht nicht! Ich mein gut, ähm... Alice geht jetzt sowieso noch ne Weile, aber... ich habe eine gute... eine gute Neuigkeit... ähm... ich hab jetzt endlich... mal wieder ins Mikro geatmet, sorry, ich hoffe ihr habt's vermisst... ähm... ich hab jetzt endlich mal meinen Wandler angeschlossen... und ihr werdet's nicht glauben... er läuft! es läuft! ich hab's ganz allein, ganz allein... da stehe ich jetzt mal drauf... ähm... den Wandler angeschlossen... und die Einstellungen gemacht, obwohl ich gar nicht wusste, was ich da gerade tue... aber... ich hab's geschafft... und... es funktioniert... es funktioniert sogar sehr gut... äh... das bedeutet... ihr werdet... na gut, ähm... die englischsprachigen Freunde werden sich als erstes freuen, weil... ich... ähm... Master-Reboot ja jetzt beendet hab... und... ähm... das ist unfair... das ist so unfair... ähm... ähm... und... äh... ja... ich habe Master-Reboot jetzt beendet... und hab schon angefangen, ein neues Let's Play zu machen... auf der... ähm... auf der 4... und, ähm... ja... hier dürfte ich aber allerdings auch... äh... freuen... was ist denn da? was ist denn da? ach, da unten ist Pilz! natürlich... den hätte ich mal vorher sehen sollen... Moment... boing... boing... ach, der taucht nur... ich muss ganz genau treffen... okay... ich hab den Pilz jetzt nicht gesehen... sorry... ist das... das Hebel? wo ist hier ein Hebel? ne, da unten sicherlich nicht... äh... ach so, die Richtung ist ein Hebel... alles klar... ähm... ja... die dürfen sich, äh... als erstes über ein... äh... Let's Play... von der 4 freuen... es tut mir echt leid... äh... dass ich hier so... noch nicht aus dem Arsch gekommen bin... aber... ähm... zwei deutsche Projekte und ein englisches Projekt ist mir dann doch... äh... zu viel... und das würde ich zeitlich nun gar nicht mehr hinkriegen... weil da müsste ich hier nächtelang... aufnehmen... und ähm... ja... außerdem... muss ich echt sagen... ihr werdet ihr recht gesehen haben... auf meiner Facebook-Seite... ähm... habe ich... etwas... total lustiges gesehen... also meiner Meinung nach ist es sehr lustig... ähm... also... ich selber... muss ich vorher sagen... wir haben es übrigens geschafft... ja... ich weiß... ich sag grad... sehr wenig zum Spiel... und mach hier hauptsächlich Ankündigungen... aber das muss auch mal sein... ähm... ich habe übrigens etwas sehr lustiges gesehen... denn... ich war letztens auch wieder so... ähm... so am rumgucken... und... habe... gesehen... dass... es... wohl... ein DLC... für Black Ops 3 gibt... was sich Awakening nennt... und... was... einfach mal... von meinem... Lieblingsschauspieler... Peter... äh... ich weiß immer nicht... ja toll... und falle runter... ähm... ich weiß immer nicht... wie man den Nachnamen ausspricht... Storma oder Stormare... ich weiß es nicht... auf jeden Fall... ist das mein Lieblingsschauspieler... ich hab den... ich hab ihn schon von weitem erkannt... und dachte... oh mein Gott... und... äh... ich muss echt sagen... Call of Duty ist gar nicht so meins... ja... also... ich bin da so blöd... in solchen Sachen... ähm... dass ich einfach echt... ich hab... ich hab das gesehen... und habe sofort... zu meinem Freund gesagt... Schatz... ich brauch das... weil er besitzt... ähm... Black Ops 3... und ich hab direkt gesagt... ja... Schatz... äh... ne... ja... ähm... falls euch der Name jetzt echt nicht sagt... ähm... äh... ich hab das Video übrigens auf meiner YouTube-Seite... ähm... Och... er kommt nochmal... dammit... ähm... auf meiner YouTube... äh... YouTube... auf meiner Facebook-Seite... ähm... gepostet... es ist zum Füßen wirklich... also ihr müsst da echt mal reingucken... und... äh... falls euch der Name jetzt nicht sagt... ähm... echte Zocker kennen bestimmt das Spiel... Until Dawn... da hat er den... Psychologen... nur wenige finden den Weg... manche merken es nicht... wenn sie's tun... manche wollen einfach nicht... und... jo... ich muss schon wieder Schach spielen... richtig... richtig... öh... ja... und auf jeden Fall... ähm... wie gesagt... es ist so... toll... ich... ich mag den total... weil der ist... der kann sowohl gute Rollen spielen... als auch böse Rollen... dat is it ja... er kann wirklich sowohl... als auch böse Rollen spielen... und ich liebe das so an dem... er ist echt... äh... jemand... der... im Schild... ich kann ja jetzt nicht mal vorwerfen... ich kann ja jetzt nicht mal vorwerfen... ach... schnell mal zurück... ha... der... noch rüber... oh ich hab noch einen... ich versuch's nochmal... und dann... wir machen's wieder so... dreimal versuchen wir's... wenn wir's denn nicht haben... überspringen wir's nur... und... äh... ja... wie gesagt... der gibt da den Dr. Hill... also... ich kann euch echt nur ans Herz legen... guckt euch ein paar Filme mit ihm an... ihr schmeißt euch weg... mein... Lieblingsfilm mit ihm... ja... da mach ich... das ist jetzt mal so... da mach ich jetzt ausnahmsweise mal Werbung... weil ich bin total Horrorfilm-Fan... und keine Ahnung... ähm... Insanitarium... müsst ihr euch angucken... wenn ihr... auf sowas steht... auf... Irrenanstalt... auf... äh... Experimente mit Menschen... und äh... mehr möchte ich nicht verraten... nur wie wir's will... aber es ist... sehr geil... ähm... ja... und... ich hab... nur deshalb... würd ich's definitiv spielen... weil... äh... wenn der das empfiehlt... kann's nur geil sein... ich weiß nicht ob ich das aufnehmen werde... vielleicht... wenn wir mal... ähm... wenn mein Freund und ich mal einen zweiten Controller haben... ich weiß nicht ob man das dann noch zu zweit spielen kann... COD... ich glaube schon... aber... müssen wir halt gucken... Oh... da hab ich jetzt nicht aufgepasst... ja jetzt hab ich gepennt... ist okay... dann machen wir ihn viermal... ist okay... ist okay... so... ich muss ihn hier jetzt... ähm... locken... ne... damit er mit dem Rücken zu mir steht... so... und wenn ich jetzt... so... ach so... so... kann er ja nicht... aber... so... dann können wir eigentlich... vorwärts... oh... das scha... ich glaub wir schaffen's... ich bin gleich so blöd wie ich aussehe... ja... äh... mal gucken ob ich's aufnehme... ich hab auf jeden Fall schon... ähm... das nächste Projekt im Auge... für euch... wenn Alice fertig ist... ähm... so viel sei verraten... es wird jetzt nicht... ähm... der typische Horror sein... äh... also es hat schon Horror-Elemente... sagen wir's mal so... aber es ist jetzt nicht so... wirklich typisch... äh... Horror wie ich's jetzt bisher gespielt habe... wie... äh... mit Abschlachten, Abstechen, was weiß ich... es wird da schon ein bisschen Story-lastiger sein... aber lasst euch überraschen... und... es wird von der PS4 sein... so... nächste... Lissi hasste verschlossene Räume... ihr Zimmer war weiter vom Feuer entfernt als meins... eine Rauchvergiftung also ausgeschlossen... sie schloss ihre Tür nie ab... außerdem kannte sie noch einen Weg nach draußen... aus dem Fenster... jemand hat Lissi betäubt oder getötet... ihre Tür abgeschlossen... dann die Lampe mit nach unten genommen... und zur Vertuschung das Feuer gelegt... der Plan war... uns alle zu töten... ja... und wir haben's grad gesehen... ich glaube... äh... es ist ein ziemlich... ziemlich... bekannter Mann... der uns da nachts überfallen hat... nicht wahr? ich muss mal eben... ich muss jetzt mal eben... äh... Stimme... relativ... äh... mistig ist... aber ich denke... man versteht mich ganz gut... ich wusste auch nicht so extrem... darum dachte ich... ich kann aufnehmen... äh... was... was war's... was war's... was... was war's...? wär's... ich hör es... ich höre es... ach! hehehe... das ist ein guter... Platz! ich jetzt fast nicht gesehen. Ja. Und das nächste Projekt, was für euch kommt, meine Lieblings. Ich weiß ja nicht, ob alle meine englischen Let's Plays gucken. Wie gesagt, ich spreche auch nicht wirklich sehr gut Englisch. Eigentlich kann ich es mehr, also ich kann es besser schreiben, als sprechen, glaube ich. Also ich kann es auch sehr gut sprechen, aber es ist irgendwo bin ich beim Schreiben besser. Ja. Nee, und falls ihr das wirklich guckt, dann könnt ihr euch auch auf das nächste Projekt freuen. Ich würde das... Ich weiß nicht, ob ich es doppelt machen würde jetzt unbedingt, aber ja. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich aktuelles Spiel, was ich jetzt zur Zeit für auf Englisch-Spiele. Und für euch natürlich auf Deutsch auch dann einen letzten Play von einem Spiel, was ich gar nicht kenne. Also da dürfen wir auch wieder gespannt sein, auch sehr viele Fails wahrscheinlich. ich bin selber jetzt schon gespannt, wie das wird. Ich werde auch die Zeit jetzt, die ich dann habe, auch mal nutzen, um vielleicht schon mal die ein oder andere Folge aufzunehmen, dass ich ein bisschen vorbereitet bin. Dass ich nicht immer... ich mache man... also meiste Zeit ist echt so, ist es echt schlimm. Dadurch, dass ich ja keine keine wirkliche Zeit habe, jetzt... Ah, wir kämpfen wieder? Cool! Da ich jetzt nicht wirklich Zeit habe, immer so die Nacht zu bringen ist, äh... Äh, das war jetzt fies, jetzt hatte meine Teekanne irgendwie Ladehöhungen! Hu, 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 hu! Okay, die Teekanne ist, äh... Okay, die Karten sind klein. Es ist unnichtbar mit dir! Ähm, ja. Äh, dass ich vielleicht irgendwann mal eine Nachtschicht einlege oder so. Ich hab da echt so ein bisschen überdenken, ja. Weil, äh, ich hab... also mein Freund nicht... Ich hab ihn aber nicht dabei zugeguckt, so wirklich. Ähm, es war mir... Es war dann wirklich so, äh... Nee, mach mal, ist schon okay. Wir machen da manchmal beide, wenn jeder so sein muss, ja? Weil ich bin mehr so der Horror-Free, der ist mehr so der Wrestling. Es wird allerdings, ist das nicht klar, falls wir irgendwann mal... Äh... einen zweiten Controller haben. Ich muss mal sagen, die sind scheiße teuer. Die für die Playstation 4. Wenn wir dann irgendwann mal einen zweiten Controller haben, ähm, werden wir auch mal einen Together machen, wo wir beide einspielen. Wo ich noch nichts genaueres im Auge habe, weil wir ja erstmal einen Controller brauchen. Ähm, ja. Ich hab, wo schießt sie denn hin? Die gute. Okay. Ja, wir müssen... Jetzt muss ich wieder weg. Haha. Super. Cool. So. Ähm. Ja, das ist gleich schon. Together machen wir ganz. Essen spielt in deinen Träumen eine wichtige Rolle, Alice. Kuchen insbesondere. Hast vermutlich keinen Nachtisch verschmäht. Tee auch nicht, wenn es Kuchen dazu gab. Ja, na und was ist denn aber an Kuchen schlecht? Also ich bin jetzt der Meinung mal ganz ehrlich. Das kann man ihr jetzt nicht zu Vorwurf machen, oder? Er kommt wieder. Ich will aber nicht, dass er wiederkommt. Dieser... Ich glaub, der Schafrichter ist das, ne? Der, äh... Oder soll das die Herzkönigin sein? Ich glaube aber nicht. Dass die so hässlich war. Ach ja, Gott. Es führt sowieso bloß zu einem goldenen Zahn. Was? This way... Oh ja, er kommt wieder. Alles klar. Ach ja, ich hab noch so viel vor mit meinem Kanal. Ich hab auch, äh... Bin auch am überlegen, wie ich meine Reichweite ein kleines bisschen... Ach so! Ja, was ich noch sagen wollte. Ich bin übrigens auch auf Twitter. Ähm, meine Twitter-Adresse ist verlinkt. Auf meinem Kanal. Also ich hab da einen Link da gelassen. Ihr könnt gerne mal vorbeigucken. Was ich da... Ich twitter nicht viel. Aber, äh, wenn ich mal twitter... Dann, äh... Ja. Äh, ich muss mich da immer zu durchringen, weil ich dann doch eher immer bei Facebook gucke. Dann gibt es wieder Zeiten, wo ich mehr bei Twitter bin. Ich weiß es auch nicht. Also wie gesagt, ihr... Falls ihr mal ein Anliegen habt, oder irgendwas, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Das ist aber kein Problem. Ähm... Dann... Können wir mal gucken, wenn ihr mal Anregungen habt, oder... Sachen, äh... die ich vielleicht besser machen könnte. Ich sag's aber gleich von vornherein, ich bin kein Profi und ich kenne mich auch mit der Technik nicht so aus wie andere. Das bedeutet, ähm... meine Videos werden so bleiben und wenn man dann halt, ja, mein Hund mal im Hintergrund hört, dann... ist das menschlich, weil ich habe kein... Ich habe eine... Oh, ey. Ich habe eine kleine Wohnung und es ist nun mal, äh... nicht zu ändern. Ein Hund ist ein Tier und der... wenn der nun anfängt, während ich... äh... anfängt zu bellen, während ich rede, dann kann ich das nicht ändern. Äh... auch wenn ich's gerne möchte. Von daher, seht's mir nach, wirklich. Ich versuche, die Qualität meiner Videos trotzdem einigermaßen hochzuhalten, zu halten, aber... es wird nun mal nicht... Ich bin... Wie gesagt, ich habe kein Studio, ich habe, äh... auch keine hochmoderne, ähm... Technologie, um mich zu willen, habe ich auch nicht. Ich, äh... nehme quasi das, was ich habe und ich... Also ich habe schon Feedback bekommen von so einigen Leuten, die gesagt haben, ist es trotzdem gut, aber... ich muss genau in die andere Richtung. Aber, wie gesagt, ihr könnt mir gerne Anregungen schicken, da ist kein Problem, oder euch äußern, wenn ihr das möchtet. Ich gehe auf alles ein, auch auf Kritik. Solange sie vernünftig und erwachsen ist, ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt. Wenn mir jetzt einer kommt mit, äh... Deine Mutter, ist es bei mir auch vorbei, ne? Also da habe ich dann auch keine Lust mehr drauf, äh... mit jemandem so zu diskutieren. Ist es jetzt gut hier? Wie? Oh! Ich habe doch gar nicht gesehen, dass der Boden da zu Ende war. Wie cool. Oh Gott. Ja. Nein. Also, egal. Ich bin gerne bereit, zu diskutieren und auch Kritik anzunehmen, solange sie vernünftig geäußert wird. Und das ist, äh... für mich das Abend. Ich finde auch, wie gesagt, nicht alle Sachen, die andere machen, soll. Aber, äh... Jedem seins, ne? Das ist lecker, so... Unter anderem ist es sehr verschieden. Ja. Jedem seins, ne? So! Kann ich die Rose hier mitnehmen, oder? Ja. Super. So, jetzt haben wir das auch geschafft. Ist ja aber irgendwo ein Weg offen gewesen. Ah, hier. Es wird mir auch echt ein bisschen schwer atmen, weil... Oh, kommt der jetzt hier lang? Ich muss zurück! Du schwechst! Schack! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Äh! Oh, ho, ho! Ja. Ist okay. Ist, ist ein Stück Kuchen. Ist mich! Da stand es nicht drauf! Alles ist ihn! Das ist aber auch ein großer Kuchen, den ich sonst dahingestellt habe. Oh ja, die Stelle ist auch sehr geil. Haha, ja. Wieder da stand und völlig perplex. Oh, jetzt haben wir wieder das Kleid an. Das ist sehr schade. Ich mochte das andere Kleid. Aber gut. Okay, äh, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier rauskommen. Ach ne, wir können hier einfach... Das ist so weit. Als Riesing kann Alice mit Stampfen oder Schmettern angreifen. Okay. Greifen die Türme, um ihr Herz freizulegen. Reißes Schloss, Tore, die sind in mir. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Okay. Also, ich find's sehr cool. Es ist wirklich... Es hat, wie gesagt, Elemente der richtigen, also der Story Alice im Wunderland. Aber ist halt auch abgedreht und ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es. Ich hab's bestimmt schon... Ich kann nicht springen in dem Zustand. Haha, süß. Stampfen wir jetzt ja einfach mal wieder. Oh, das geht sogar besser. Cool. Sind sie alle weg? Jo. Super. Oh, wie sie geht. Haha, das ist sehr rare. Ich find's cool. So. Wir müssen also an das Herz decken. Zack. Ich weiß nicht. Also, ich hab übrigens letztens mal, als wir beide mal Zeit hatten, mein Freund und ich, haben wir mal American McGee's Alice gespielt, wo wir zur Zeit hängen. äh, Leute, also für ein Let's Play wär das, glaub ich, weil ihr seid's ja zwar gewohnt, dass ich da feile, aber, äh, nee. Also zur Zeit ist es auch echt, äh, da hängen wir in so einem Battlefest, wo wir gar nicht wissen, wie wir's machen wollen. Und, ähm, ja. Hey! Wer schießt denn hier? Ich kann nicht aussehen. Ich kann nicht aussehen. Ah! Ah! Da oben. Ich mach das schon. Ich mach das schon. Also, äh, äh, da hört auf einfach. Ich muss mich konzentraten, ne? So. Ja. Was muss ich denn eigentlich, äh, ach, dieses Ding, oder wat? Ja, ich wies es jetzt nicht mehr, ich wies es jetzt einfach aus hier. Was soll das? Ja, da kann sie wirklich neppern. Das ist mir gerade egal. Ich hab's aber kaputt gemacht. Ich stampfe jetzt das erste Herz. von der nur eine Fleischwunde, ja. Super. Ähm. Obwohl ich den ersten Teil, äh, Malcolm McGee's Alice auch nicht schlecht finde, aber er ist halt, äh, die Steuerung ist so dolle gewöhnungsbedürftig, weil die komplett anders ist als in dem Teil. Ähm. Jetzt. Naja. Ich glaub, ich sollte stampfen. Ja. Kann ich die auch kaputt stampfen, oder muss ich die... Ich kann stampfen. Ja. So. Wunderbar. Ja. Und demnächst kommen dann halt hauptsächlich Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, weil es reicht langer. Mit den Spielen. Ich find's auch besser, wenn's Spiele sind, die ich noch nicht gespielt habe, die ich dann Let's playe, weil ich das authentischer finde. Ich fand's, äh, und auch angenehmer aufzunehmen, weil hier weiß ich ja manchmal, was kommt. Und dann muss ich meine Klappe halten. Und nur. Das ist halt immer alles nicht so praktisch. Ah, der schießt ja wieder. Gut weg. Ich geh schon mal zum Zettel. Tentakel, vielleicht. Kann ich die schon ausreißen? Kann ich nicht. Ich muss nämlich erst die... Ach, doch kann ich. Ja, ich glaub dir, dass das so gut tut, aber ich muss jetzt hier einfach mal ein Tor machen. Und das Herz zerstampfen, damit das hier mal alles ein bisschen vorwärts geht. Und wenn dieser Folge auch noch was schafft werden. Glaubt man nicht, äh, es ist... ist noch lange nicht zu Ende. Also, es kommt noch ein Haufen. Auch wenn wir jetzt schon eine ungefähre Ahnung haben, wer für das Feuer verantwortlich ist. Und natürlich, wie wir es hinter der Tür gesehen, äh, gehört haben, auch in der Erzählung oder Beziehung... Ist doch gut. Oder beziehungsweise, was Alice gesagt hat. Lissy hatte die Tür immer offen, hat sie ja gesagt. Sie hat's ja selbst gesagt, dass sie es nicht mag, wenn Türen verschlossen sind. Ich... Ja gut, ich hab... immer drauf rumgeritten, weil sie immer mit ihrem... Oh, mein Herz ist nie verschlossen. Und sie hat eine Zigarette geraucht. Und was weiß ich. Äh, klar hab ich da immer drauf rumgeritten, weil ich das irgendwo lustig fand. Aber... Es ergibt Sinn. Es ergibt einfach nur Sinn. Sie mochte abgeschlossene Tür nicht. Und darum ist es auch... Äh... Und das Zimmer war... noch weiter weg von Alice's Zimmer. Also, wär's eigentlich wahrscheinlicher gewesen, dass Lizzie es schafft und nur die gute Alice. das ist... Ne, also, äh... Ja. Ja. Es ist... Ne, wir gehen nicht weg. Es tut mir echt leid, aber du kriegst jetzt Besuch von uns. Und... Und... Ihr hattet sich ja auch schon daran erinnert, dass, äh... ihre Katze gar nicht unten gewesen ist. Also auch... folglich, ähm... folglich, äh... die Laterne nicht umstoßen konnte. Weil da unten auch gar keine Laterne mehr stand. Und... Ja. Äh... Welches Motiv diese Person hatte, Alice und ihre Familie in den Flammen... Oh, Eno ist nur über. In den Flammentod zu reißen. Ähm... Ups. Ja. Das werden wir alles noch rausfinden. Gemeinsam. Wie gesagt, Alice geht noch eine Weile. Ich... Dadurch, dass ich immer eine Stunde machen kann, ist es... Ich verstehe kein Wort. Manchmal spricht die so undeutlich. Aber warum soll ich denn aufgehen? Ich möchte doch gar nicht aufgehen. Oh, was ist das? Ach, da war was drin. Zum Trinken. Jetzt werden wir wieder klein, richtig? Ja. Oh, am... Was? Select. Hallo? Ansichtssache. Trotzdem, um die Vergangenheit aufzudecken, um die Suche fortzusetzen, musst du sie treffen. Ja, das ist es ja. Das wollen wir ja auch. Darum bin ich hier ja auch hart am Arbeiten. So. Ne, Eno. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Alas der Isis. Und er ist der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss ich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Ach. Hallo, hallo, hallo. Da wollte doch nicht etwa der gute Doktor Alice Schwester daten und hat sich ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt. Oh mein Gott. Und hat dann... Ich hab mich vorher in die Story nie so reingedacht. Das passiert mir immer erst, wenn ich mit ruhig spiele. Oh mein Gott. Ähm. Igitt. Ähm... Ja, da wollte der Alice Schwester daten. Da ist ein Schlüsselloch. Da geh ich erst noch rein. Ähm. Und die wollte ihn nicht, weil er so... Ja, naja, klar. Der kam mir ja von Anfang an schon suspekt vor der Bengel, ne? Ähm. Und die wollte ihn nicht und dann hat er beschlossen, sich an ihr zu rächen. Auf eine... Oh Leute, guckt mal. Hatten wir lange nicht. Vanularraum. Auf eine ziemlich asoziale Art und Weise. Mal gucken. Ich hoffe schon ja nicht mehr, dass es ein Quiz ist, ne? Nur mal so zum... Ach komm. Ach komm. Das ist doch zu einfach. Bäm, 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 bäm. Muss ich jetzt die Zeit überstehen oder... Was muss ich machen? Ja. Aber dafür, dass er zu scharfer geworden ist, der gute Bambi hat da einen ganz schön großen Schaden, wenn du mich fragst. Ne? Ach, da sind noch welche. Gut. Also meiner Meinung nach. Und sich dann, ich meine aber mal, ich meine gut, zurückgewiesen werden, ich meine Sache. Aber, sich dann auf diese Art und Weise an der Person zu rächen und die ganze Familie mit in den Tod zu nehmen, bis auf alles natürlich, äh, ist das schon dolle hart auf jeden Fall. Oh, das läuft. Das läuft. Also das ist mal ein angenehmer Radularraum. Finde ich. Da stammt mir erst mal hier wieder die Alemiga. Hab ich mir Zeit verwerfen? Ach, der hält mir auch noch welche. Ne, das ist so gut. Aber ich gehe erst mal, ne? Ihr Süßen. Äh? Ich muss doch das weg. Ach, ich kann das noch gar nicht verstanden. Voll. Ich dachte nur, weil das so aussah. Ich war schon. Jetzt kann ich's wegmachen. Glaube ich. Ja. Ja, und darum hat er auch immer gesagt, der gute Dr. Bambi, dass sie alles vergessen soll. Dass Alice einfach alles vergessen soll, was passiert ist und wieder zugehalten. Und er ist halt, ja, wahrscheinlich derjenige auch, der jetzt diese ganze, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, diese ganze Scheiße hier ins Rollen gebracht hat. So, jetzt machen wir hier noch eine Turm kaputt. Erfolg! Korrekt, Vollein. Vollein. So, dann holen wir uns mal unsere schwerverdiente Rosenfarbe. Oh. Unsere schwerverdiente Rosenfarbe ab. Wie viele Rosen haben wir denn jetzt angemalt eigentlich? Das würde ich gerne mal wissen. Sagt er uns nicht. Alles klar. Oh. Schön. Sie ist freiwillig die Treppe runtergegangen wieder. Ja. Und nur ist es halt an uns hier das Wunderland zu retten. Wie gesagt, es fällt einem ja auch auf. Alice ist bekannt hier wie ein munter Hund. Und sie bitten ja auch Alice alle um Hilfe. Und darum Was ist denn das hier? Dieses Ach, da komm ich gar nicht hin. So. Weil Alice halt öfter da war schon. Und diesmal ist es halt... Ja, ne, das war ja jetzt dolle Knapp auf jeden Fall. Okay. Okay. Und okay. Was? Pfeffermühle this way? Das ist da oder was? Ja. Patsache. Ach, hier ist noch eins. Ach. Dann werden wir mal schauen, was wir hier für die gute Alice tun können. Oder beziehungsweise für die Bewohner des Wunderlandes. und natürlich auch für Alice selber, weil lassen wir uns ja nicht länger gefallen, ne? Arschloch. Ich sag jetzt, ich sag's einfach, wie's ist. Wir sind alle erwachsen und ich finde, wie war's? Und ich finde, der Bambi ist ein Arschloch. Ist einfach so richtig ekelhaftes. Sogar. So. Jetzt ist es raus. Ich mochte den sowieso von Anfang an nicht. Es gibt wirklich manche Spielecharaktere, wo ich mir dachte... Ich sage nur Deadly Premonition. George ist mir bis heute sympathisch, ne? Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die Schmerzhaften sollten wir auslöschen. Verzeihung, ich musste mal eben schnäuzeln. Ich hoffe, es war nicht zu laut. Ähm. Da war er gerade wieder. Mein spezieller Freund. Ich weiß mal auch nicht, was ich von ihm halten soll, ne? Und er... Er sagt ja gerade, er muss die... Äh, man muss die schmerzhaften Erinnerungen vergessen. Aber nur, damit man nicht rauskriegt, äh... dass er ihre Familie gemolchelt hat, ne? Der Sack. Ich weiß nicht, Sack ist irgendwie zur Zeit... Mein Board. Es ist wirklich... Alles, was... Ich weiß gar nicht, ich benutze es jedes Mal. Ich habe gestern auch irgendwie einen Film geguckt. Gestern? Ne, vorgestern. Und da habe ich auch immer gesagt, Oh, der Sack ist... Was ist denn hier los? Irgendwo hat sich doch hier gerade was materialisiert. Ach, hier oben. Ich habe es nicht gesehen, sorry. Ach, du. Ach, süß. Dein Freund wieder auf. Ach, du nicht. Cool. Ach, ja. Und irgendwie ist das so zur Zeit mein... mein Spruch schlechthin. Immer wenn irgendeiner so... Ha, der Sack. Ist einfach so. Das kommt spontan. Ich bin eigentlich... Nicht so der spontane Typ. Ich habe immer gerne eigentlich... Alles... geplant. Ich bin... da nicht so ein... Also schon, wenn jetzt ein Kumpel sagt, ich komme vorbei, wollen wir da und dahin, dann ist es, ja, kein Problem. Aber so Sachen, die jetzt wirklich in meinen Tagesablauf einschneiden... Äh, was ist denn das? Was ist Back? Ähm... Jetzt in meinen Tagesablauf absch... Äh, einschneiden, wo ich mir denn... Äh, wo ich mir denn sage, Ja, heute nimmst du mal auf ein bisschen. Damit du mal aus dem Hintern kommst. Mit hier wissend spielen. Ähm... Damit du dich auch nochmal anderen Sachen widmen kannst. Oh! Guck mal, wer da hinten ist. So. Und genau an solchen Tagen... Ich mein... Ich bin... Ja, äh... Ich bin da nicht so. Ich mach gerne, aber... Wir gucken erst mal, was die Szene uns bringt. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine backabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es, jemand anderem meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerwittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernustlosen, geflüßkalten Radau oder Spohr? Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das Momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es uns. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören vor allem. Das folgt. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Warnung? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Ich habe ihn aufs Gleis gesetzt. Ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Ich habe meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du erheblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen von dem verschließt, was dich umgibt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenn gleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen. Und der Mann muss sich stürzen. Hart aber gerecht. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Wutmacher. Arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Ja. Dann haben wir auch diese nette Person. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal... In der Tat, Doktor. Das war geboten. Ganz sicher. Ich würde sagen, es ist... sehr heiß hier drin. Ich meine... vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein! Nein! Ganz und gar nicht! Was für eine Blamage! Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert. Und Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz! Oh mein Gott! Ich bin kein Hund! Ich finde das hier absolut die schlimmste Stelle ever. Weil sie hier... so krank aussieht. Und ach... Ja, wir sind in Rutledge. Das, wovon immer gesprochen wird. Und sie geht auch ganz seltsam. Guckt mal. Äh... Ja, wir sind in Rutledge und... werden... Warte mal, haben wir eigentlich... Ist das eine Zwangsjacke, was wir anhaben? Ja. Also ein Zwangskleid wohl, ja. Aber es ist einfach... Oh, Schande. Was ist er für eine? Hey! Okay. Nee, hier kann ich nicht reingucken. Oh mein Gott! Es... Oh... Fuck. Ich hab mir nie die Mühe gemacht, hier so mal genauer reinzugucken. Wenn man in die Türen nur mal reingucken kann. Und sie jetzt gehabt, dass übel die kranke Scheiße abgeht. Äh... Gucken mal hier. Ich weiß jetzt nämlich gerade den Weg nicht, nicht, dass ich mich wieder verlaufe. Ne, hier geht's hoch. Geht's hier rein? Äh, Lupe. Lupe. Ich kann mich nicht schrumpfen, ich kann gar nichts. Ich kann auch nicht kämpfen, ist ja klar. Weil ich, äh, weil ich, äh, keine Waffe hab und auch meine Hände nicht bewegen können. Was ist das? Ruhe, bitte. Um liebsten würde ich jetzt hier einmal richtig gegentreten, damit's mal richtig Krach gibt. Okay, das ist ein Lobotomie-Stuhl, denk ich mal. Wenn das nicht, du weißt schon, wer aus der Idiotenabteilung ist. Juhu, es ist Alice, Onkels prämierte Irre. Diese Instrumente sind grauenerregend. Aber ein Loch im Kopf schafft mehr Platz für die Sorgen. Genau das Richtige für deinen Stein des Wahnsinns. Wahrscheinlich auch für Krampfanfälle. Du musst sie genauso satt haben wie ich, dein Gejammer, darüber. Das hört, oh. Hörte sich leicht an, äh, nach Schwester, wie hieß sie doch gleich? Schwester Whitless? Die blöde Kuh? Oh. Ja, okay. Es ist wirklich, also diese Stelle ist echt, äh, andere sind auch krank in diesem Spiel. Andere Stellen, aber ich finde das schon alleine, weil sie so aussieht. Sie, ihre langen Haare sind weg, ihre Klamotten, sie sagt nichts. Ihr Gesichtsausdruck ist so... Adalas, nein, ich geh nicht zum Adalas, ich will da nicht hin. Ist hier jemand drin? Oh. Oh mein Gott. Wie sie geht, das ist halt, sie ist völlig fertig. Also so sah sie quasi aus, als sie in Rutledge war. Manch mentaler Zustand lässt sich durch einen Adalas lindern. Der Doktor glaubt nicht, dass es gegen deine Symptome helfen würde, aber ich bin am Ende meiner Kraft. Und die Blutegel brauchen auch Arbeit. Ein Bäckerstutzend, Schwester. Ich setze sie selbst an. Nein, ich will. Ich weiß, was weh tut. Ich weiß, was weh tut, aber... Ja, die sahen auch aus wie Fachpersonal, ne? Soll ich ja... Ja, Bettfange. Bin ich von hier gekommen? Ach nee, die Türen gehen hinter mir zu, alles klar. Oh, oh, oh. Station 1. Ich weiß. Wo ist nochmal oben und wo unten? Ich wollte sagen... Ein Gebet aufsagen? Unterbrech mich nicht, wenn ich nicht... Aufs Klosett gehen kann? Unerträglich. Das bist du, aber was bin ich? Ich geb dir... Ein Geschenk, aber... Ich habe nichts für dich. Oh, die sehen... Oh Gott, ey, die sehen alle so asozial aus, ne? Station 1. Schlauer Teufel. Aus dem Hühnerhaus ausgezogen? Was, was? Oh, die hängen an der Decke? Ist ja auch nett. Oh, 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 oh. Schnell raus hier, ey. Ruhe bitte, da haben wir es wieder. Ruhe bitte, Warteraum. Er sieht genauso gemütlich aus wie der Rest der Klinik, ne? Komm jetzt, Alice. Sollte man mir nicht ebenso gehorchen wie der Königin? Ist das etwa zu viel verlangt? Ich will, was sie wollte. Sei einsichtig. Tausche die Tentakeln gegen den Zug. Das ist unterm Strich die bessere Option. Entweder das oder zurück nach Rutledge. Nie ein freundliches Wort oder eine Anerkennung meiner Dienste verdiene ich nicht ein bisschen Glück. Wage es nicht, mir streitig zu machen, was mein gutes Recht ist. Hab dich aus dem Irrenhaus geholt. Jetzt wirst du freiwillig wieder reingehen. Hab's deiner Mutter gesagt. Du bist ein abweisendes und stures Kind. Lebst zufrieden in deiner eigenen Welt. Junge Frauen müssen ihr Wunderland verlassen. Die wahre Welt ist nicht so wundervoll. Du musst erwachsen werden. Vielleicht durch eine weitere Behandlung. Du wirkst vernünftig. Aber der Schein kann trügen. Ich kenne dich als launische, gewalttätige Person. Ich kann nicht sagen, dass es mich überrascht, dass man dich wieder ins Irrenhaus gesteckt hat. Ein Aufenthalt unter Beobachtung wird dir gut tun. Oh, die sind alle so fies zu ihr. Die sind alle so fies zu ihr. Sie hat doch gar nichts getan. Es war ja nur offensichtlich der... Oh, sorry. Oh Gott, der zeigt uns den Weg. Danke. Danke. Thank you. Hallo? Hallo? Ist alles okay bei Ihnen? Oh Gott. Und wieder sind wir in der normalen Welt. Ich guck mal kurz. Er will, was sie wollte. Ja. Er will... Er will... Entschuldigung. Er will, was sie wollte. Was die Königin wollte. Die Königin wollte... Regieren. Sie sollte quasi die Tentakel gegen den Zug eintauschen. Und der Zug ist erst in Gange gekommen, als der Therapeut seine Finger drin hatte. Der mir... Oh, ich stehe im Nebel, ich stehe im Nebel. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh. Laterne, bitte. Wie kann man sich denn so verlaufen? Das ist doch jetzt schon wieder ja nicht wahr. Ah, shit. Wir fangen nochmal an. Es ist vielleicht auch besser so. So, hier ist die erste Laterne. So. Da ist die zweite. Da ist die dritte. Das muss ja irgendwo eine andere. Da ist die vierte. So. Da ist die fünfte. Da hin. Ja. Ja, 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 ja. So, kurz ein Blick auf die Uhr. Hilfe, Alice! Wir brauchen deine Hilfe! Verlass uns nicht! Schon wieder! Übergeh uns nicht! Warum leidet ihr? Die Tyrannei der Königin ist nur eine Erinnerung. Sie hat doch keine Macht mehr über euch, oder? Feinde kommen und gehen. Doch nun herrscht ein neues Übel. Und die Bosheit dieses Feindes stellt die besiegte Königin in den Schatten. So, das war Chucky. Und wieder haben sie uns um Hilfe gebeten. Und wieder werden wir zurück ins Wunderland gehen. Und wieder... Ja. Und wieder... werden wir uns einem Feind stellen. War das jetzt richtig? Ich hab gerade überlegt. Ich hab überlegt. Oh, das ist jetzt richtig schwar. Und wir sind im Puppenhaus und gucken uns schon mal unser neues Kleidchen an. Sehr süß, wie ich finde. Gucken wir mal eben, was ist das? Ja, Kinder. Mag Kinder. Solange es nicht meine eigenen sind. Wo ist eine Erinnerung? Ach, hier drüben bestimmt, oder? Kann ich jetzt... Ach, da komm ich gar nicht. Warte mal, komm ich hier hin? Ja, das hat geklappt. Jetzt hier in den Strom. Hier rüber. Und hier rein. Das ist Flasch, aber kann ich nicht. Jetzt machen wir nicht immer die Kuchen... Kuchenstücke kaputt. Gehen wir hier die Bauklötzung. Das finde ich auch sehr süß gemacht. Dieses Level, also diese Welt. Mit dem... Mit dem Puppenhaus. Wo ist denn jetzt die Erinnerung? Mir wurde eine Erinnerung versprochen. Hey. Und ich krieg's nicht. Naja. Alles Gute ist niemals... Ach, bin ich jetzt wieder hier? Oh yes, of course. Schau mal mal. Oh, der hat mich jetzt überrascht. So, jetzt muss man das genau abpassen. Ja. Das hat super geklappt. Was ist das hier? Ja, aber wo mich hin? Ach, nee. Von da hab ich doch gekommen. Hä? Ich muss doch höher kommen irgendwie, oder nicht? Oder muss ich... Hä? Strange. Oder... Hä? Ist da oben eine Plattform? Ist da oben eine Plattform? Nö. Äh, das wundert mich jetzt, weil ich hier nämlich gar nicht weiß... Prost... Doch. Ich glaube... Ich glaube, wir nehmen diese da drüben. Ich versuche mal kurz zu schweben. Und... Nochmal hoch, aber... Nö. Das war wahrscheinlich echt der falsche Weg. Ich bin hier lang auch falsch gewesen. Vielleicht muss ich... Hier lang? Äh... Ach nee, von hier kam ich doch... Weil ich doch unbedingt eigentlich die Erinnerung wollte... Ach, ja, 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 ja. Nee, das ist schon richtig. Wir versuchen es nochmal so lang. Ähm... Hier rein? Wartest du? Danke. Hörchen? Hörchen ist noch auf unserer Seite. Uh! Ach, wer denn jetzt kommt irgendwo... Ja. Danke fürs Zuschauen. Komm her, jetzt hier. Zack. Knapp, aber passt schon. Ach so, wir müssen uns ein bisschen beeilen, ne? Hoho. Wir jetzt hier ein bisschen... Bitte. Bitte nicht. Okay, Leute, wisst ihr was? Ich hab grad auf die Uhr geguckt und... Ähm... Ich denke, es ist Zeit, jetzt einen Cut zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und fürs Ertragen meiner Stimme, wenn ich erkältet bin. Weil ich es ja nicht lassen kann, weil ich es ja nicht lassen kann, dann trotzdem aufzunehmen. Ähm... Ja. Ja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Bock habt, einfach mal ein Like da lassen, würde mich sehr freuen. Müsst ihr aber nicht. Müsst ihr aber nicht, ich zwinge ja niemanden zu irgendwas. Äh... Ihr könnt mich auch gerne abonnieren, damit ihr jedes Mal mitkriegt, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt, wenn ein neues Video kommt. Ja, besucht mich auf Twitter, besucht mich auf Facebook, besucht mich zu Hause, nein, das war ein Spaß. Ja. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge Alice wieder. Es ist ja jetzt spannend geworden. Und, äh... Ja. Bis dato wünsche ich euch was. Bis dato.